So, ich beginne zunächst einmal mit meinem persönlichen Werdegang. Ich habe schon sehr, sehr früh Berührungspunkte zur beruflichen Praxis gehabt. Das kommt schlicht und ergreifend daher, dass mein Vater Steinmetz war und einen sehr kleinen Steinmetzbetrieb auch als Selbstständiger geführt hat. Das ist Rüdesheim am Rhein, meine Heimatstadt, wie man sieht, stark vom Weinbau geprägt, das dann allerdings von meinem Onkel weitergeführt wurde, weil mein Vater keine Lust hatte, Weinbauer zu werden. Der ist dann interessanterweise Steinmetz geworden und das hat vielleicht etwas mit dem Ort zu tun, an dem wir jetzt sind. Wir sind am Niederwalddenkmal und hier ist auch sehr viel Steinkunst betrieben worden und Bildhauerei. Hier sind eine ganze Reihe von Ornamenten. Das hat ihn geprägt. Mich hat dann logischerweise beides geprägt, denn da mein Onkel ein Winzer war, habe ich dort in der Lese mitgewirkt. Und ja, hier direkt unter uns, in diesen Wingerten heißt es bei uns im Dialekt, habe ich Trauben gelesen und die dann verarbeitet in einem Betrieb, der oben am Rand der Stadt liegt. Und logischerweise habe ich auch an vielen Stellen hier mit meinem Vater am Wochenende gearbeitet, auf Friedhöfen, auf Baustellen und Treppen zu setzen. Wir sind Mechatroniker im zweiten Lehrjahr, haben jetzt unsere Zwischenprüfung Teil 1 hinter uns und momentan beschäftigen wir uns mit dem Thema Industrie 4.0 der Feldbus-Technik. Darum geht es einfach um die Vernetzung von Maschinen und wir versparen uns den ganzen Aufbau mit den Kabelkanälen und den Leitungen zu verlegen, sondern machen das alles über Feldbus-Technik und da arbeiten wir uns die Thematik ein, wie wir mit der Feldbus-Technik folgen, von Profibus-Technik, von Profinet und den ganzen anderen Bussystemen. Hallo Jörg, schönen guten Morgen. Hallo, grüß dich. So weit, so gut. Das ist aber schön, dass du uns mal wieder hier besuchst. Ja, mal wieder in Sachen Ausbildung. Nimm Platz. Also unsere Schule hat drei Ausbildungsschwerpunkte. Wirtschaft, Verwaltung und die Gesundheitsberufe. Ich sage immer, wir haben hier ein ganz, ganz breites Spektrum von A, wie Automobilkaufleute bis Z, wie zahnmedizinische Fachangestellte. Insgesamt haben wir hier im Gebäude 3.165 Schüler in diesem Jahr und die werden begleitet von 150 festangestellten Lehrkräften und noch einmal 30 nebenamtlichen Lehrkräften. Die berufliche Bildung bei uns ist so differenziert, dass wir nicht alles selber abdecken können mit Lehrkräften. Deshalb arbeiten wir da ganz eng mit der Wirtschaft zusammen und holen uns entsprechende Fachkompetenz auch aus den Betrieben, die dann auch eben als Nebenamtler hier Unterricht anbieten und Fachunterricht abdecken. Das Gewinnbringende für mich ist ja auch, Menschen durch die berufliche Bildung bis zum heutigen Tag weiterzuhelfen, Pfade aufzuzeigen zum Erfolg. Und man sieht es auch. Also viele kommen auch weiter, finden gute Jobs nach der Berufsausbildung, sind sehr erfolgreich, zum Teil sogar bis hin in Führungspositionen. Das ist alles möglich über den beruflichen Weg. Also was sie jetzt machen, kostet in vielen südeuropäischen Ländern, aber auch in anderen, einen Haufen Geld. Also man bezahlt selbst diese Ausbildung, um irgendwann mal Geld zu verdienen. Bei uns bekommen sie sogar noch was in der Ausbildung. Das ist eine echt schöne Sache. Ich bin Michelle Sachs. Ich bin Vergolderin. Ich habe den Beruf gelernt für drei Jahre in der dualen Ausbildung. Der Betrieb ist in Berlin. Das ist ein Bilderrahmenladen, eine Werkstatt, wo Bilderrahmen angefertigt werden. Und die Berufsschule ist in München. Nach der Schule habe ich überlegt, was ich mache. Und ich wollte gerne eine Ausbildung anfangen, weil ich gerne etwas Praktisches machen wollte. Ein Studium konnte ich mir weniger vorstellen. Und ich bin zum Arbeitsamt und habe mich informiert, was für Berufe es gibt. Und da habe ich das Heft durchgeblättert, Beruf aktuell. Und alle Berufe mir durchgelesen, die angeboten werden in einer Ausbildung. Und am Ende kam ich auf den Beruf des Vergolders. Ich kann schöne Dinge schaffen. Ich sehe am Ende des Tages, was ich geschaffen habe. Es sind immer besondere Produkte, ganz individuell und einzigartig einfach. Und der Beruf ist sehr, sehr vielseitig. Ich kann da auch viel probieren. Und ich kann eine Tradition weiterleben lassen. Das gefällt mir auch sehr an dem Beruf. Der Beruf des Vergolders hat eine Tradition von über 4000 Jahren. Und den gibt es einfach noch so wie damals zu dieser Zeit. Und so gut wie unverändert. Und in dieser Tradition lasse ich den Beruf weiterleben. Und deshalb ist mir das auch so wichtig. Teilen Sie sich mal in der Hälfte. Vom Zählen her kriegen wir das hin. Und die eine Truppe geht an das Ende. Und die andere geht an das Ende. Deutschland hat ein so wunderbares System, dass ganz viele Menschen, die sonst kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten, über die Berufsausbildung oder auch über manche berufsbildende, schulische Gänge in Deutschland in Arbeit kommen. Und auch sehr gut darauf vorbereitet sind. Denn unsere Lehrkräfte an den Schulen sind sehr gut ausgebildet über das akademische Studium und dann die Zeit in einem Studienseminar, in der praktischen Lehrerausbildung. Und auch unsere betrieblichen Ausbilder sind natürlich sehr gut, weil sie seit langem das duales System kennen und wissen. Die Praxis wird im Betrieb erlernt. Und der Hintergrund und die Theorie und die Reflexion der Praxis, das läuft in der Schule. Seit langer Zeit, nicht alle Menschen arbeiten gerne im theoretisch-akademischen Bereich. Nicht, weil sie das nicht könnten oder weil sie nicht die Fähigkeiten dazu hätten, oder vielleicht wollen sie gar nicht. Wenn man in sich selbst hineinhorcht, gibt es sehr viele Menschen, die arbeiten gerne mit ihren Händen, produzieren etwas, stellen etwas her, machen etwas und sitzen nicht den ganzen Tag gerne in einem Bürostuhl. Das muss man für sich sehr genau hinterfragen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist man in der beruflichen Bildung sehr, sehr gut aufgehoben. Und wenn man psychologischen Untersuchungen glauben darf, dann ist das deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die das eigentlich nicht mag, sondern sehr viel lieber etwas tun möchte mit Händen oder anfassen, handwerklich, technisch oder sogar künstlerisch oder in der Arbeit mit Menschen. Ja, ganz wunderbare Chancen, denke ich. Und ich arbeite noch mit den traditionellen Techniken, mit Kreidegrund und auch mit Pinseln. Und es ist sehr, sehr altes Handwerk, was wir da ausführen. Und das ist einfach eine große Freude, das machen zu dürfen, mit den Händen eben zu arbeiten, ganz typisch. Und die Verbindung von Handwerk zu Kunst finde ich sehr reizvoll. Wenn man in die Richtung gehen möchte, kann man auch ganz viel Neues und Modernes damit schaffen. Ich habe immer mehr gemerkt, mein Herz schlägt für das Vergolden. Ich bin Lisa, bin fast 30, angehende 30 Jahre alt. Ich wollte erst Landschaftsarchitektur studieren. Und dann habe ich aber gedacht, studieren nicht sofort, sondern ich wollte irgendwas Handwerkliches machen. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte irgendwie mal aktiv sein, was anpacken. Und dann habe ich bei einem Winzer angeklopft und habe gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich? Darf ich da mal zwei Wochen mitarbeiten? Wir waren im Sommer bei 40 Grad draußen und haben richtig gearbeitet im Weinberg. Haben dann auch gewässert und alles gemacht, gepflügt. Ich bin abends nach Hause gekommen und ich war total müde, fix und fertig. Aber mich hat das irgendwie inspiriert. Ich wollte das unbedingt weitermachen. Wie man immer so schön sagt, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Es war auch nicht immer einfach. Bei minus 20, gefühlten 20 Grad, musste ich dann rausgehen und dann Rebschnitt machen. Wir waren dann von morgens bis abends draußen in der Kälte. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, oh je, ob ich das wirklich durchhalte, weiß ich nicht wirklich. Ich war auch in Libanon, ich war in Georgien, ich war in Rumänien, ich war in Israel. Und das sind alles für mich sehr, sehr spannende Weingebiete, Weinthemen. Und das wollte ich einfach nochmal aufgreifen, weil diese Länder, die haben wahnsinnig viel Potenzial. Und es gibt noch keinen Weinhandel in dem Sinne, die dieses Spektrum abdecken können. Und für mich war es dann eben wichtig, oder beziehungsweise ich habe jetzt diese Nische ergriffen und gesagt, ich will das auf jeden Fall abdecken. Und jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe ein Einzelunternehmen gegründet und vermarkte jetzt hier in Frankfurt im Raum Hessen eben georgische Weine, libanesische Weine, Weine aus Rumänien, Tahiti, Azoren, Peru. Also ich habe ein großes Portfolio. Und das konnte ich aber eben nur machen, aufgrund dessen, weil ich meine Ausbildung wirklich abgeschlossen habe, mich mit dem Thema Wein immer beschäftigt habe, meine Ziele in dem Sinne erreicht habe, dass ich gesagt habe, ich werde nie aufgeben. Man muss sich immer durchkämpfen, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und man hat immer seine Höhen und Tiefen. Aber wenn man wirklich daran glaubt und wirklich daran festhält und sich mit einem Thema so auseinandersetzt, wie ich es jetzt mit Wein getan habe, dann weiß man, man gibt einfach nie auf. Und du hast deine Leidenschaft in dir und das war mir eben sehr wichtig. Und deswegen habe ich mich jetzt mit meinem Thema Wein selbstständig gemacht, aus meiner Ausbildung eben heraus. Und das war mir sehr wichtig. Und das würde ich euch allen auch gerne weitergeben. Man hat Familie, man hat Freunde, man muss viel darüber reden, man muss diskutieren, man muss vielleicht abwägen, ja oder nein. Aber man muss eigentlich immer am Ball bleiben und kann mir eigentlich auch nichts Besseres mehr vorstellen. Und dann würde ich ihn irgendwie einmotten. Ich finde ihn ja ganz geil. Also willst du malen? Ja, das wäre jetzt langsam schon Technikgeschichte. Das Ding ist durch 15 Jahre Arbeit. Ich bin durch Zufall Stuckateur geworden. Ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist, als ich damit angefangen habe. Und ich erinnere mich, den ersten Tag, als ich in die Werkstatt gekommen bin, haben wir da so ein bisschen gearbeitet und unsere Sachen gekriegt. Und dann war das erste Mal Pause. Und dann saßen meine ganzen Kollegen an diesem Tisch und haben sich über die Geschichte Roms unterhalten. Weil einer hatte ein dickes Buch mitgebracht und dann haben die über diesen, über Verfall und Untergang dieses Imperiums diskutiert und haben Argumente gebracht, die ich noch nie gehört habe und haben Sachen gewusst, die ich einfach nicht wusste. Und ich habe schon am ersten Tag gemerkt, dass meine ganze Einstellung dazu komplett falsch war. Dass ich einfach bloß so eine arrogante Sau war. Ja, so ein arroganter Jugendlicher, der das erste Mal eigentlich mit der Wirklichkeit in Berührung gekommen ist. Und ich glaube, das interessiert mich auch an diesem Beruf oder das ist das Schöne an diesem Beruf, dass man, oder im Handwerk, dass man wahnsinnig viele intelligente Menschen trifft. Ein Paket drauf haben und dann schiebst du das Ding darin, hebst hoch und fährst dann hier hoch. Es ist wahnsinnig spannend. Auch jetzt unter meinen Kollegen, ob das jetzt auch Restauratoren im Handwerk sind, aus anderen Berufsgruppen. Das sind meistens sehr spannende, interessante Leute. Und das macht mir Spaß. Ich arbeite sehr viel in alten Gebäuden, mache sehr viel Restaurierung und habe dann irgendwann nochmal beschlossen, Architektur zu studieren. Weil ich nicht nur Ausführender sein wollte, sondern selber auch kreativ tätig sein wollte. Also sprich, auch das, was ich da baue, entwerfe. Beziehungsweise ich habe angefangen zu entwerfen und habe eben meine Stuckfassaden entworfen und auch sehr verrückte Entwürfe gemacht und musste mich immer legitimieren, musste immer zeigen, dass ich das kann. Und ich hatte das Glück, dass ich einen fantastischen Lehrausbilder hatte. Und der hat uns eigentlich so ein bisschen die Freude an dem Beruf beigebracht, also mir und meinem Mitlehrling. Und ich hatte das Glück, an den schönsten Gebäuden Berlins arbeiten zu dürfen. Und irgendwie dachte ich nach der Lehre, das ist, was ich weitermachen möchte, was ich mein Leben lang machen möchte. Und so ist es gekommen. Man hat mitunter mit Vorurteilen zu kämpfen. Also, dass halt viele, dass sie sich nicht vorstellen können, dass eine Frau stark genug ist, um diese Arbeiten zu bewältigen. Aber dadurch, dass wir heutzutage sehr moderne Maschinen haben, ist die Arbeit sehr leicht. Und wenn es mal schwer wird, kann man immer zu zweit daran arbeiten. Und je mehr Fachkompetenz eine Frau bringt, desto mehr wird sie halt auch akzeptiert von auch anderen Kollegen. Und Kunden sind auch immer wieder erstaunt, aber sie finden es auch immer toll, wenn Frauen die Arbeit machen. Und wir werden da auch sehr wertgeschätzt. Zum Abschluss der dreijährigen Ausbildung wird in Deutschland ein Gesellenstück angefertigt. Das heißt, die Auszubildenden entwerfen ein Stück. Da werden dann halt alle Stücke ausgestellt und werden bewertet und benotet. Und das ist dann halt ein Teil der Prüfungsergebnisse, wo dann der Wissensstand abgefragt wird. Es ist halt nicht immer ein leichter Weg gewesen, es ist mit allen Höhen und Tiefen. Es macht aber unglaublich Spaß, am Ende des Tages ein fertiges Produkt zu haben. und der Handwerksberuf ist einfach sehr schön. Und allen, die das gerne machen möchten, kann ich nur sagen, probiert es aus, habt Spaß dran und haltet durch. Ich finde es einfach total schön, so eine Firma zu haben und auch inhaltlich mitzugestalten, wie man mit Menschen zusammenarbeitet. , wie man mit Menschen zusammenarbeitet. Ich bin von Sakarpelösch und ich bin von Iwane-Jawoak-Hischwilis-Sachhelo-Bistwilis-Sachhelo-Universität, wenn ich die und ich bin von Iwane-Jawoak-Hischwilis-Sachhelo-Aktur. Ich bin von Gärelmann, in der Heilbronn-Universität, für die Einzige und die Ausbildung von Iwane-Jawoak-Hischwilis-Sachhelo-Bistwii. Ich bin von Iwane-Jawoak-Hischwilis-Sachhelo-Aktur, der Drog, das heißt in den Armenien. Ich komme zum Beispiel an, dass ich so interessiert, dass ich meine Professionals in der Freunden habe. Ich habe meinen Aufmerksamkeit, dass ich meine Aufmerksamkeit habe, dass ich meine Aufmerksamkeit habe. Ich habe die Aufmerksamkeit in die Germanische Region, ich habe die Aufmerksamkeit, die ich meine Aufmerksamkeit habe, die ich im Internet verabschiede, Es ist uner der Maßstab. Ich habe hier ein paar Stunden, wenn ich mir hier einstellen, um mir zu können, wenn ich mir das ein Kind beeinflusst. Ich habe auch noch Kier wie im Bereich der Kierkommissionen und wir uns in einem anderen Zeit betrachten, dass ich mir das Thema interessiert. Ich habe noch nie eine besondere Zeit, wo ich es mir viel zu tun kann. ich habe jetzt eine Zeit, aber ich habe auch immer wieder hier wenn ich es so viel zu tun, dass ich ein Freund, dass ich das nicht so viel überrede. Ich würde auf jeden Fall sein, um sich die freiheit und einstellenずつ zu einer einem Systematik, der die Zeit im es ist eine Zuhörung der Mannschaft. Es gibt auch ein Standard, sondern es ist ein Digitalisierung. Ich möchte sich nicht in die mit der Ich werde mich nicht ehrlich ehrlich sagen. Ich möchte mich einfach nicht zum Beispiel als etwa bei der Einwanderung im Ausland. Wir haben hier den Dualur-Professional Programme. Die Dualur-Professional Programme ist 18. Die Dualur-Professional Programme hat sich um 20. Ich bin ein sehr guter Schüler, aber ich habe eine Art von der ersten Kurs. Ich bin ein sehr guter Schüler, sie haben eine Art von der ersten Kurs. Wir sind die erste Kurs, die wir in der ersten Kurs waren. Wir haben die erste Kurs, die wir in der ersten Kurs waren. Ich wünsche uns den Blumen und ich will es auch nicht aspire, dass ich nicht auch verehrte, dass ich eine sehr gute Studentinie gemacht habe. he cheeks also uns und ich hatte einen riesigen Kurs. Mein Name ist meine Unterrichterung. Ich binar blind und ich nannteahe... muss man sich selbst noch ein bisschen schüttert in der Zusammenarbeit mit der CSUG-LBI. Ich bin so unge wording über den CSUG-LBI. Ich bin wie den CSUG von CSUG-LBI. Ich bin der CSUG-LBI. Ich bin seit UMG-LBI. Ich hoffe, dass wir zum CSUG-LBI. Das war das, was wir? Wir haben die Analyse für einen Laboratorium. Ich bin bereit, ich bin bereit, dass sie sich an. Ich bin bereit, dass wir uns jetzt noch eine Ausbildung anbetenken. Ich habe die Analyse anbetenken, die für uns nicht einmal herausgefunden sind. Wir haben die Analyse anbetenken, die wir sehr wichtig sind. Wir haben die Analyse anbetenken, Die haben wir die die natürlich selbst die 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 Diese ist die Wunschung, die wir in der Regelung sind. Ich sage, wir machen die Wunschung, eine künftere Wunschung, die wir in der Z��wege sind, die wir in der Regelung haben. Die Wunschung ist eine gute Professionale, die wir in der Regelung haben. Das ist meine narzüge. Es gibt aber eine interessante Klapp-Insträchtung. Meist ist die Analyse. Man hat hier eine kleine Bremse. Man hat das Klapp-Insträcht. Man will es auch für alguns. Man will sie die Klapp-Insträchtung. Man wird es so, anspruchs simple. Ich habe eine kleine Klapp-Insträchtung. Der Klapp-Insträcht habe ich es für 6 , 9 lL. Es ist so, dass wir ein bisschen klapp-Insträchtung. Amen. 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 Wo sieht man? Ich frage mich diese Runde, die andere Sachen greifen. Diese ist die gewaltzene, diese ist die Stadliere. Diese sind die Stadliere. Wir haben diese Stadliere aus bloß abgestattet, wurden immer einen großen Appelliertiert, wurde hier drastend entwickelt. Wir haben es schon nicht nur in der Früh, sondern auch in der Früh. Wir müssen uns INST. Wir haben nur die Nase mit den Mitteln, die der Schraussli und den Kanal abwischen. Wir wollen nur noch einen schönen Tag. Wir wollen nur eine Züge. Wir wollen nur die Züge". Der Junge ist es im Wald, ein фильм und eine schweregodliche Ich denke, wir sind die 18-Jwnäben. Ich habe das Projekt über 20, der wir als treated, die ich umgekehrt haben, haben uns das Deutschland und das Deutschland. Ich habe ein Projekt geliebter gemacht. Der Raymond ist ein Kollege in Deutschland, nämlich das das Innovationsmusik der Einrichtung. Der in Stuttgart war die Wir sind 1,5 Jahre, mit einiger Dschukel und 10 Jahre alt. Ingrid, das war die Unternehmen. Die Universität der Deutschen Fachkart橋 waren in diesem Zusammenhang mit einem anderen Seminar. Dann kam an das Projekt als Projektor, eine situadeleistung und als Chef in der freien. Hier sind die Leute aus der präsentiert. Wir waren die Student- und der Schüler- und in der selben Literatur. Ich habe das Gefühl, dass ich das System habe. Was ist das wichtig für die Computer? Das ist kein Problem, dass es mir wichtig ist, dass es mir weiterfahnt. Ich hoffe es mir ein bisschen probieren und es ist mir, dass ich ein Problem habe. Ich bin ein bisschen stein und bin ein bisschen mit arbeiten. Ich bin mir eine Vorstellung, wenn ich so, ich bin ein Lehrerin, in der ich in der Webhaus von RSS noch ein bisschen bekend. Ich war eine Studierenden, Es gibt hier auch einen entsprechenden Berufsprozesse. die von der Studierenden auch schon an der Studierenden. Die Studierenden oder der Studierenden sind, die das Web-Sieber, Web-Design, Sites, Logo-Webs und die Studierenden. Ich habe eine Art der Studierenden sehr geholfen, und habe mich mit dem Thema aufgegeben. Es ist ein Thema der Studierenden Akademie, Das ist meine Köln-Akademien. Die Berufserie war die in der Köln-Internere von Ihnen einst die Administratoren. Ich war allein mit den Schroppern und darauf um die Köln-Internere, die Köln-Internere, die Prophesie in der ersten Zeit tenemos. Ich finde, die die »-Internere kann'' den Ränen. Der Köln-Internere war eine Art, die weltwelle vonformeden die Ränen-Internere. Sie haben auch den einen neuen Erwerkel-Graphic Design. Die Mohr ist das gar nicht so, dass ich mir gar nicht so, dass es nicht so, wenn ich es gar nicht so, dass es eine Frage ist, aber wir haben eine Frage, dass wir uns so, dass wir uns so, dass wir uns so, dass es so, dass wir uns so, Ich bin in Hohpul, hier habe ich gekocht. Deswegen war ich die 70-Jährigen. Ich habe die 70 l-Jährigen durch eine Art und ich habe meinen Job. Ich habe mich darauf geholfen, wo ich meine Arbeit mache. Ich mache mich nicht so, wie ich es mache, ich mache mich nicht. Ich mache mich nicht so, dass ich es mit den Hügel machen kann. Guten Morgen! Ich habe auch viele von uns die Wissenschaftler in der Universität in der Augen ast Whitney. Ich habe ein Gefühl, wenn ich es für die Arbeit von der Studie und die Popatizarin war, wenn ich es für die Arbeit von der Studie und der Studie und der Prof. dann bin ich, dass sie dabei sind, wenn man sich gemeinsam über uns, Das war dann, dass die Welt der Kampfslehrer von Adam und der Kampfslehrer auf den Kampfslehrer von Adam. Sie sind nicht so, dass das ihre Arbeit ist. Du bist aber so, dass du dich mit dem Fokus hast. Du bist jetzt der Kampfslehrer, das der Kampfslehrer auf dem Fokus ist. Ich hatte den Kampfslehrer vor meinem Leben und jeder, Das heißt, wir haben noch ein Bücher geschrieben. Wir werden etwas lernen, wenn wir es so einen einzelnen, dass wir viele andere nicht fürs Zuschauen haben. Wir erzählen uns das nicht. Wir werden uns und dich zu zahlen. Aber wir müssen alles nicht mehr für wie viele Jahre. Wir haben uns die Arme-Ausbildung aufgesprochen. Aber man will sich nicht überheter Fertig wie eine Frau mit der Ausbildung, die der collaborators auf gemacht hat. Ich hoffe, dass wir uns an der, die sich nicht anwendigen, die Menschen zuschauen. Ich glaube, was ich an mir gewusst. Ich habe mich mit der Anndro-Infektion getrunken. Ich bin mit dem Ayfache, ich bin mit der Politik und ich habe meine Politik, und ich habe meinen Wert darauf gewusst, dass ich die Vor-Infektion für die Vor-Infektion mit dem Motiv der Medietun-Schmettung und das Profession. Ich habe meine Vor-Infektion ein,- Ich bin mit dem Programm, ich bin der Erste und der Anführungs-Applegerin-Excel, der Informations-Technologie und den Profession-Infektion. Ich habe die Aus-Infektion, die wir in der Schule gewusst, die die Studenten vor den eigenen Programmen berến verschloss. Deswegen haben wir hier noch nicht gewünschte Zeit gehabt. Wenn es heute und interessiert, wir brauchen ein wenig. Es hat auch gesagt, wir haben das eine deutsche Ratsch-Karte. Wir brauchen immer das eine neue Ratsch-Karte. Das war's. 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 was. das war's. 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 Ich bin hier in der ganzen Ausbildung, der wir in der ganzen Sendung haben, und wir haben hier in der ganzen Sendung im Raum. Wir haben hier ein paar Stunden realistisch, mit dem Grill Town, mit dem Restaurant, dass wir in der ganzen Raum oder die Ristorante in der ganzen Welt sind. Wir haben mit der ganzen Sendung den ganzen Tag, in der ganzen Stadt der Programm Ich habe die came in, he said, we're doing that. Sie haben diese Energie, die hierzu die Energie benutzen, wie man es mit dem Bodenke Cafung, die als eine energie, die hinwegung, hat das noch einen Positiv, er hat das angenommen. Die Leute kennen sich nicht damit, wie man das was, ich warte auf die Möse- und die Möse- und die Möse- und die Möse-��서. Er hatителisch gesagt, dass wir das mit dem Video- und dem einen I thought I would like to ask them, to help others to help them, with a better understanding of the community. People like me to call me out of this. So oh, you know, I won't, not just if I got to I? Ich wusste schon, dass ich nur noch was, dass ich so eine Verkaufung im Fokus nicht hätte. Wir sind also an der Akfrau von Sursch und die Ausbildung geworden, oder und am kennenzulernen. Ich war immer noch eine Art Professionale. Ich hatte noch eine Art Werbung im Institut von Svukkate. Ich sagte auch, wenn wir dann im Fall 2 Stunden arbeiten. Wir sind an der Akfrau von Sursch und die Art geht auch an der Akfrau. Wir sind als Akfrau von Sonschränk und selbst in der Akfrau von Säkken. Danke. und das eine große Herausforderung. Der hat sich den Gewalt und die Gewalt. Wir haben die WLAN-GAM-Karte, die wir im Rahmen einverstanden haben. Die WLAN-GAM-Karte werden mit dem ersten Einfachen. Wir haben die Experten und die Trainings- und die Einfachen, die wir in der Arbeit mit einer Business-Programm sind. Wir haben die WLAN-GAM-Karte und die WLAN-GAM-Karte. Wir haben die WLAN-GAM-Karte, die wir in der WLAN-GAM-Karte, die wir in der WLAN-GAM-Karte haben. Wir haben die WLAN-GAM-Karte, die wir in der WLAN-GAM-Karte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was mir die letzte Zeit aufgefallen ist, dass sehr viele Leute nicht dem Beruf nachkommen, den sie gerne machen möchten. Viele Leute machen den Beruf, weil das Gehalt gut ist oder die Arbeitszeiten sehr gut sind. Man sollte auf jeden Fall den Beruf machen, dem einem am meisten Spaß macht. Wo man morgens aufwacht und denkt, ja, ich bin froh, dort hinzugehen und nicht zu dem Job zu gehen, weil man es machen muss. Das ist alles möglich über den beruflichen Weg. Ich kenne auch viele, sogar ehemalige Schüler von mir, die eine duale Ausbildung gemacht haben und sind jetzt Firmenbesitzer, haben eigene, zum Teil sogar größere Unternehmen mittlerweile. Das sind richtige Erfolgsgeschichten und ohne diesen Weg der beruflichen Bildung wäre das so ganz schwer möglich. Probiert es aus, habt Spaß dran und haltet durch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020